Willkommen zu Let's Play-Test Volt Battery on the Loose. Keine Ahnung was das hier ist, habe es auf Steam geholt, wegen Herbstaktionen war es glaube ich verbilligt. Und springen wir gleich mal... How to play... Nein warte nicht How to play. Wow, finde ich schon mal wieder gut an, ich habe keine Ahnung, wo ich draufstehen muss. Aber egal trotzdem, das ist nicht die Beam. Links... Das ist da, ok. Oh cool, das ist äh... Weil eine Ground Press eher im... ...berechtet muss. So, ich glaube... Das ist im Range of the Electric Beam. Erinnert irgendwie ein bisschen an... Ähm... Ja, das ist nochmal... ...um nochmal ein Ding ans Bombsens darf, wo man dem Süßigkeit geben muss. Ähm... Ok, das war jetzt ein bisschen einfach. Höh? Hat ich nicht so viel Energie, oder warum konnte ich grad nicht Beamer machen? Boah. Wow, das war jetzt wirklich schwer. Hä? Warte mal... Was? Warte, 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 warte. Wiking ist nochmal... äh... Öh... Was? Was? Das hast du... WÄ? Ich hab' noch gesagt, linker Maus-Button zum Springen. Oder ja, das hier erstmal durchkappen. Weiß hier kann man springen, der Klonikzeugler war eigentlich nicht jetzt mal zum Moment für das Electric Beam. Aha. Okay, ich versuche einfach mal Menü und äh... Aber wieso hat das hier nicht funktioniert? Muss man dafür diese komischen... Dinger einsetzen? Weil ich kann grad hier nicht äh... Oh... Das war noch so kill. Ah... Fünf... Beams hab' ich. Es reicht ein einziger. Alles klar. Okay, dieses Spiel könnte etwas komplex werden... Aber für mich ist ja kein Problem. Ich bin, äh... Voll schlau, ja. Was sind die gelben Teile hier? Ah... Ach ja, da hab ich wirklich ein bisschen an Omnom... Genau, Omnom... Das waren grad diese Spinder... Was sind die? Oh... 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 Okay, da sollte ich scheinbar nicht drauf gehen. Oh... 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 Nein... Das ging nicht... Das ging nicht... Oh... ... unconnected bleibt. Okay, nein. Kann ich mich hier irgendwie ranzoomen? What? Okay, ich fühle mich gerade dumm. Okay, das ist schon mal ein guter Anfang. Yes! So. Endlich geschafft. Was ist das hier? Oh, ähm, okay, das ist unten eine Kettensäger. Warte mal. Oh, ähm. Warte, macht das jetzt die Bewegung? Oh, ich habe keine Beams mehr. That is retarded. Egal. So, ein Beam für das hier. Ah, okay. Okay, ich denke, ich weiß, was ich machen muss. Nein! Nein! Okay, nein, sowas nicht. Oh, fuck, 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 fuck. Ach! Ach, okay, das war gerade ein bisschen hart, ähm, so, das, das aufladen, dann hier durchspringen, ich darf es halten, ich darf es halten, ich darf es halten, ich darf es halten, yes! Ha, ah! Ja, ah! Bullshit! Hm, 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 hm. Was? Was habe ich hier gerade gemacht, ey? Yes! Okay. Also ich denke, dass man sich an die Dinger nicht näher dran ziehen kann, aber ähm... Okay, die Teile kann man scheinbar nichts anhaben, wie es verkackt. Restart. Hm. Was mache ich jetzt? Wenn ich das hier durchschneide, könnte ich mich theoretisch gesehen da ranhüten. Hm, das jetzt anmachen. Was? Ich hatte doch noch nen Beam! Warum macht die Scheiße nicht, was ich sage? Oh. Fakt, hab ich zu spät reagiert? Ja, Reaktionszeit ist auch so... Oh! Das wär so geil gewesen, ey! Ja, oder mein, ich glaub, das brauch ich gar nicht. Das war aber nicht, äh, mich hier runterrollen lassen und... Wupp! Yes! 8 Minuten 30 und 9 Minuten 30 geht. Dann warte 9 Sekunden und... 30, oh, scheiße... Ein Witz, oder? Es ist doch... Oh, fuck, 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 fuck... Aaaaaaaaah! Das ist doch ein Witz... So, erstmal hier loslassen und das machen. Fuck. No, so geht's nicht. Das loslassen. Da dran. So, dann das loslassen. Da dran. Oh. Boah. Okay, das Spiel ist schon ein bisschen komplex geworden mit der Zeit. Ähm, erstmal hier das aktivieren. Und loslassen. Hier dran. Oh, fuck. Das wäre zu geil gewesen, wenn ich jetzt genug Schwung gekriegt hätte. Warte mal. Vielleicht geht das ja. Also, so geht das nicht. Ah, komm. Dann halt nicht auf die coole Art und Weise, ey. Boah. In der Scheiße ist das nicht funktionierter, ey. So. Eines geht noch. Ja, das war eine blöde Idee. Ich sehe es ja ein, dass das eine blöde Idee war. Was mache ich hier? Ja. Was mache ich hier? Das war eine blöde Idee. Ich habe mir ein falsches Spiel gekauft. Es gab so viele Spiele im Angebot und ich kaufe mir natürlich das Spiel, das scheißen nicht so hart ist. Natürlich! Ey, meine Fresse, ey. Ich glaube, ich glaube, das ist wichtig gewesen, oder? Alter, ich bin so gut in dem Spiel. Oh, aber ich glaube, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Und zwar, das Ding da kann ich gepflegt ignorieren. Nein, kann ich nicht. Oh, dieses Level ist zu hart für mich. Okay. So. Nein! Oh! 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 ... kann ich nämlich jetzt das hier kommen. Das UT entfernen. Und... Es ist nicht mehr so viel umg toyscht. Das da steht nochmal so. Warte, was bringt das noch? Alles klar Okay, ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses scheiß Levier mache Ah, so vielleicht So viel ist Ich weiß, was für Scheiße Ich schäme mich schon dafür Und zwar, dass ich jetzt hier hin bobs und dann Nein Äh, scheiß Dreck Ich glaube, viele Versuche habe ich nicht mehr So, komm her Du kleiner Penis Und Und Das war so knapp, Mann Dann kommt diese Scheiße daher Und Du kommst hier nicht durch Weil wir schwul sind Ah, Bullshit Ich kam gerade weiter als sonst Das wäre nicht gut Nein, 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 nein Scheiß, Mann So Eins hier dran Eins da dran So, dann Das hier Karten Das hier Karten Okay, ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen Und ja, bis irgendwas anderes Tschüss Das hier Karten Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal